Hier geht es nicht um ein Leben in Eintracht, nur ums Leben. Ihr befindet euch in Gegenwart von Daenerys Sturmtochter aus dem Hause Targaryen. Rechtmäßiger Erbin des Eisernen Throns, rechtmäßiger Königin der Andalen und der ersten Menschen, Beschützerin der sieben Königslande, Mutter der Drachen, Khaleesi des großen Grasmeeres, Sprengerin der Ketten. Das ist John Schnee. Er ist König des Nordens. Ist das da drin? Ihr Scheißen. Ist ja da was? Lord Schnee? König Schnee, oder nicht? Nein, das klingt nicht richtig. König John? Er ist ja da. 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 Er ist ja da.